Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange Ja, leider muss ich ja die vierte Episode nochmal spielen Ich werde jetzt, weil ich nicht weiß, ob ich alles genau so hinbekomme, wie ich es gemacht habe Einen neuen Speicherslot nutzen Und dann Episode 5 von meinem eigentlichen Speicherpunkt weiterspielen Ich hoffe, dass es in Ordnung für euch, wenn nicht, ist mir eigentlich egal Weil ich mach's einfach so Weil ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich alles nochmal genau so hinbekomme Es ist schon eine Weile her, wie ich es damals gemacht habe Deswegen klicken wir jetzt mal hier Ich werde mal so hinbekomme Don't come near me! Not now. It won't work. I know this isn't pleasant for any of us. Miss Caulfield, please, tell us everything. Hey, Stelman Louise. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift. Max, we have to find Rachel soon. Like you said, it's time to start the search for clues. Welcome to my domain. Let's find what we want and beat it. Max, you better come check out these files. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Listen. I found pictures of Rachel and Frank. Being more than friends. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course. Hello? No, you don't. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? Ever since he died, my life has been dipped in shit. Chloe, I am awesome. We are awesome. Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up. What else have I changed? Max Caulfield. Hold on. Chloe, you have a visitor. Yeah, what I wanted to say, I don't know if I can get it like I played it like I played it. Of course I try it. I have written myself once in the main decisions, how I decided. But the rest, I don't know. I don't know if I played it like I've ever played it, because I know what's going on. I just have to take it again. I'll take it again. It's a little bit of a nerve, so ganz dezent, but what do we do? Square Enix. Square Enix. Musik Life is strange and we saw the fear in a dark room. Tja... Was haben wir angerichtet durch unsere Entscheidung? Lass ich mich frage, wie steuert sie das Teil? Ja. Ja. Mit den Totenwahlen vor uns. Ich weiß, wie sie fühlen. Ja. 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 Da werden wir ja gerade wieder bei dem Gespräch, was ich gestern mit der Mareike hatte, über eine Sequenz, die gleich kommt, mit dem selber Ton. Es ist echt schlimm, wenn man schon weiß, was passiert. Es ist eine sehr hohe Teile. Es fühlt sich wie eine hohe Teile. Aber ich bin froh, dass meine Eltern Buster hat, um mich zu machen. Ich weiß, dass es für sie schwer ist. Sie sind dankbar, dass du mit ihnen hier bist. Ja. Especially, wenn sie gar nicht mehr gehen können. Manchmal fühle ich mich wie ein totaler Teenager-Brett, nur um sie zu geben, um mich zu schreien. Ich weiß. Chloe. Du bist eine großartige Daughter. Du bist nett und sensibel. Wenn du überhaupt nicht musst. Ja. 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 Wenn nichts für sie. Ja. 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 Und ich guess mal salida調 . Ja. Und ich auch meine Palmria undなる augmentedern. Boring ouch it was just a thought I know you're just trying to help yeah that's become a bad habit of mine you sound like an adult now seems like we were kids in another life seems like yesterday to me it seems like yesterday we were little brats here watching Power Rangers and destroying the kitchen Power Rangers we covered everything in flour even my parents that was so hilarious but a long time ago you're the only person that I grew up with who visits me as you can see I can't keep all my other friends away you have me I'm not leaving you Chloe well you didn't visit me a lot either I mean I loved your cards and photos but I know I wasn't around much no excuses I'm a loser I am trying to make things right how? dude you're not super max and I'm not trying to guilt trip you that's what my parents are for heh heh they love you so much I know my mom and dad are so cute they always pop in here and make sure everything's okay with me I think Joyce and William are incredible Max the accident has been so hard on them our insurance sucks and the medical bills are fucking insane I bet this tech this tech must be crazy expensive along with the drugs the nurses the supplies mom and dad are always broke and they get so frustrated is it worth it? Chloe you're priceless uh no pun intended you're such a geek that's why I love you of course I know a geek when I be one see I'm practically a human entertainment system it would be sweet to chill out together and watch a movie like when you'd spend the night at my house what do you want to watch? uh I think I'm in like a mellow Blade Runner mood I always cry at the end plus you know I always wanted to have cool colored bangs like Pris I know you would look incredible with blue hair now let's get this show on the road and you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies I remember Max swear I won't fall asleep not when you're here not yet yeah yeah make a wish make a wish Chloe's message board since the accident sure looks lonely I didn't add much bad Max oh my god I made that mix for her when we were 12 pirate power ok ja warum auch nicht ich will trotzdem noch ein bisschen rum schnüffeln geht das? ne schade war doch da open wow sir Chloe was a straight A student she could have gone to any college gutless bastard I am so glad Chloe stole your bullshit fund even if it wasn't another reality ja stimmt da war was da haben wir jetzt oben oder unten auf gemacht despite everything they're still a happy fan it's cool that in this reality Chloe really loves skating too what do you do? the aids schleife? that's a serious heat lamp so dann wollen wir mal den dvd playern wer setzt sich bitte so hin das ist voll unbequem hallo du sollst den Film angucken nicht mich wir sind eingeschlafen oh ich kann nicht blicken ich kann nicht glauben Sie fallen so schnell wie viele Sie sind so schnell wie sie sich schämen wie Action ich weiß, Sie sind wegen dem Abend nochmatt und Bladerunner ist ein ziemlich drbuatenderfilm im Moment so lange Sie denken, Deckard ist eine Replicant? Chayang. 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 Kann man jetzt hier rein eigentlich? Ne. Immer noch nicht. Also sie muss sich ja immer noch bewegen können.